Bruno Gröning sprach Meine lieben Freunde, wenn Ihnen dieses alles nicht genügen sollte, dann nehmen Sie die Bibel zur Hand, nehmen Sie die Heilige Schrift, studieren Sie sie nicht nur, nicht nur, dass Sie sie in Ihren Hirn aufnehmen, nein, beherzigen Sie das Gute, beherzigen Sie das, was Sie daraus als gut schon empfinden. Musik 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 Musik